Hast du wirklich die Erfolge, die du dir gerade von deinem Fitnesstraining wünschst? Kommt man zu dir hin und sagt, boah, du siehst so definiert aus, man sieht richtig, dass du dir so viel Mühe gibst im Training, dein Körper sieht so toll aus, die ganze Arbeit macht sich belohnt? Oder sollte da eigentlich mehr bei rumkommen? In diesem Video teile ich mit dir vier fatale Fehler, die vor allem wir Frauen immer wieder machen im Krafttraining und warum wir nicht die Erfolge haben, die wir haben könnten. Aus welcher Situation heraus ist dieses Video entstanden? Aus meiner eigenen Geschichte, weil ich weiß noch ganz genau, als ich vor fast acht Jahren mit dem Training angefangen bin, so die ersten ungefähr drei Jahre hat man mir nichts davon angesehen. Und ich weiß noch ganz genau, es gab so ein, zwei sehr prägende Momente, weil ich fand das sehr cool. Ich habe sofort mich da reingelesen und bin total oft ins Fitnessstudio gegangen, habe das ja auch angefangen zu studieren und so, habe das auch zu Ende gemacht. Aber damals habe ich es, wie gesagt, angefangen, war gerade so in dem Anfang drin und habe dann immer ganz stolz erzählt, ich mache Kraftsport. Ich habe nicht gesagt, Fitnessstudio, ich mache Krafttraining. Und zwei Momente gab es, wo man mir dann direkt ins Gesicht gesagt hat, ach so, sieht man dir gar nicht an, du siehst gar nicht danach aus. Und das war ein Stich in mein Herz für mich damals, weil ich dachte aber, ich trainiere doch nicht erst seit gestern, sondern zu dem Zeitpunkt waren es drei lange Jahre und man hat es mir einfach nicht angesehen. Weder mit Klamotten noch ohne Klamotten. Ich hatte einfach immer noch einen zu hohen Körperfettanteil. Ich war nicht definiert, ich war nicht sportlich, ich hatte keinen flachen Bauch, ich hatte immer noch Zellulite, ich hatte keine runden Schultern, denn ich sah einfach nicht nach Training aus. Demnach habe ich das nochmal so für mich reflektiert und jetzt sind ja auch einige Jahre vergangen und ja, Coachingstunden sind vergangen. Ich habe das bei mir gesehen und anhand der Frauen, die ich coachen durfte und begleiten durfte und auch immer noch darf und kann das mittlerweile sehr klar sehen, was ich damals falsch gemacht habe und was auch die ganzen Frauen heutzutage, auch mit denen ich spreche bei Social Media, immer noch falsch machen. Fehler Nummer eins, der riesengroße Fehler Nummer eins, nach links und nach rechts schauen. Und etwas anderes adaptieren, was man zum Beispiel sieht bei einer anderen Frau im Fitnessstudio, bei einer anderen Frau auf Social Media. Wir schauen ganz, ganz oft nach links und nach rechts und übernehmen das dann ganz häufig. Wir sehen irgendwie bei TikTok wieder eine neue Booty-Übung, die wir in unser Training integrieren sollen oder eine neue Methode, wie man auf dem Cardio-Gerät, auf dem Laufband die Steigung besser einstellt zum Fettverbrennen oder wir sehen irgendwie im Fitnessstudio eine tolle Frau mit einem dicken Booty und denken dann, okay, die macht irgendwie die Kniebeugen, deswegen muss ich auch die Kniebeugen machen. Wir lassen uns ganz, ganz leicht, und das ist, glaube ich, eh so ein Frauending, wir lassen uns ganz leicht von außen beeinflussen und adaptieren das dann ganz schnell. Was wir dabei aber ganz, ganz schnell vergessen, ist alle anderen Daten dieser Person. Also wie lange trainiert diese Person überhaupt schon? Ist das, was ich gerade sehe, vor allem aufs Training bezogen, wirklich ihr ganz normales Training oder ist das gerade einfach nur mal was anderes? Ist das nur ein Ausschnitt vielleicht von ihrem Training? Ist sie gerade am Ende des Trainings? Oder wenn es auf Social Media ist, ist es vielleicht auch wirklich nur kreiert, um Klicks zu generieren. Das ist ganz, ganz häufig so, dass gewisse Übungen abgefilmt werden, weil sie halt besonders nice aussehen. Aber macht die Person wirklich in echt diese Übung? Oder hat diese Übung sie auch zu diesem Körper wirklich geführt? Dann auch so Dinge wie Anatomie zum Beispiel. Das vergessen wir auch ganz häufig. Wie oft habe ich es denn schon im Fitnessstudio gesehen, dass Frauen sich irgendwie dazu zwingen, eine Kniebeuge zu machen, aber anatomisch zum Beispiel, was das Verhältnis von Oberkörper zu Unterkörper oder Unterschenkel zu Oberschenkel angeht, überhaupt nicht dafür geeignet sind und machen sich auf Dauer ihren unteren Rücken kaputt. Aber haben es vielleicht bei jemand anderem, also einer anderen Frau gesehen und denken, ich muss jetzt diese Kniebeugen integrieren? Nee, musst du nicht. Was uns Frauen wirklich langfristig zum Ziel führt, ist nicht, nach links und nach rechts zu schauen, sondern einzig und allein auf uns zu schauen und was uns nach vorne bringt. Fehler Nummer zwei, du gehst ins Gym und das ist auch ein Fehler, den habe ich so oft gemacht und teilweise ertappe ich mich da immer noch bei. Du gehst ins Gym und bis zu dem Punkt, wo du die Tür des Gyms aufmachst oder in den Freihandelbereich gehst oder in das Lady Gym gehst, weißt du noch nicht, was du trainieren wirst oder welche Übungen du machst. Und du gehst dann vielleicht rein und denkst, welches Gerät ist frei oder öffnest TikTok und guckst deine gespeicherten Workouts oder so an und dann entscheidest du dich, was du machst. Strukturlosigkeit. Dir fehlt Struktur, dir fehlt ein fester Trainingsplan. Denn wie wird Muskulatur aufgebaut? Auf Dauer durch Progression. Klar, auch durch die richtige Ernährung und durch das richtige Mindset, darüber sprechen wir doch, aber durch Progression im Training. Und Progression wird nur erreicht durch eine feste Struktur und nicht durch Freestyle-Workout-Mixen. Freestyle-Workout-Mixen ist das, was ich bei Frauen am häufigsten sehe. Und ich erkenne das doch ganz oft, wenn Frauen ihr Handy aufmachen und die Bildschirmhelligkeit so runter, weil sie nicht wollen, dass jemand anders gerade sieht, dass man sich nochmal eine Übung oder so anguckt oder sich gerade erst einfallen lässt, was man gerade macht. Das ist Freestyle-Mixen-Strukturlosigkeit. Das wird dich nicht zum Ziel bringen. Fehler Nummer drei, den ich immer wieder bei Frauen sehe und vor allem im Unterkörper, im Bein- und Po-Training sehe, zu viele Übungen bzw. zu viele Isolationsübungen. Was sind Isolationsübungen? Isolationsübungen werden häufig am Ende eines Trainings eingebaut und sind Eingelenksübungen. Beziehungsweise Übungen, wo im Vergleich zu Mehrgelenksübungen nur weniger Muskelgruppen trainiert werden. Beispiel, eine Kniebeuge ist eine klassische Mehrgelenksübung, die eher am Anfang eines Trainings programmiert wird, weil das Hüftgelenk trainiert wird oder wird bewegt, das Kniegelenk wird bewegt, sogar das Sprunggelenk wird bewegt. Mehrere Gelenke in einer Übung werden hier bewegt. Bei einer Eingelenksübung hingegen, wie der Name schon sagt, wird halt nur ein Gelenk bewegt. Ganz klassisch der Beinstrecker zum Beispiel. Du sitzt auf dem Gerät und nur das Kniegelenk beugt und streckt sich. Also nur ein Gelenk wird bewegt. Dementsprechend ist die Übung weniger anstrengend. Du kannst weniger Gewicht bewegen und auch nur ein Muskel wird trainiert oder halt eine Muskelgruppe, nämlich der Oberschenkelstrecker. Und was ganz, ganz viele Frauen machen, ist, sie gestalten ihr Unterkörpertraining mit ganz vielen Isolutionsübungen. Und das wird dann voll geballert mit Kickbacks und Abduktion, Abduktion stehend, Abduktion liegend, Abduktion sitzend, Weinbeuger und so weiter und so fort. Irgendwas auf der Matte noch, weil man vielleicht dadurch irgendwie gut den Po spürt und dass es dann dadurch irgendwie besser brennt und Muscle-Mind-Connection, bla bla bla, aber dadurch brauchst du keine Muskulatur langfristig auf. Und Fehler Nummer vier, mit dem eigentlich alles steht und fällt, weil nehmen wir jetzt mal an, du machst diese drei Fehler nicht, okay? Nehmen wir mal an, du machst diese drei Fehler nicht und du hast ein perfekt geplantes Training und du hast eine Struktur und du hast eine geile Intensität und du hast eine geile Frequenz und du hast die geilsten Mehrgelenksübungen und ein paar Isolationsübungen und einen tollen Trainingszyklus und du wirst stärker und alles ist perfekt, okay? Aber deine Ernährung ist scheiße und dein Mindset ist scheiße und wirst du trotzdem nicht auf Dauer die Ergebnisse sehen, die du gerne haben willst. Ist einfach leider so. Das habe ich tatsächlich auch schon im Coaching sehr, sehr oft gesehen, dass Frauen zu mir kamen, die ein echt geiles Training hatten, aber ihrem Körper bei weitem nicht das gegeben haben, was er braucht. Oder, ja, ihr Mindset einfach sowas von gegen sie geredet hat, dass sie da einfach immer wieder sich selber Steine in den Weg gelegt haben, immer noch blockierende Glaubenssätze gehabt haben, so ein negatives Körperbild gehabt haben, so ein schlechtes Essverhalten gehabt haben, Fressattacken, hungern, Fressattacken, hungern, zu viel Essen mit Bewegung wieder ausgleichen, oh, da hilft dir das beste Training nichts. Das heißt also, all diese drei Punkte sind schon mal sehr, sehr gut für dich, wenn du dich da jetzt an einem der Punkte ertappt hast, das ist gut, also dann sag dir selbst, okay, mega geil, dass ich hier meinen Fehler erkenne, weil dann kannst du es ja anders machen. Jetzt in der Sekunde kannst du es anders machen. Wenn du sagst, okay, die drei Fehler treffen gar nicht auf mich zu, Fehler Nummer vier vielleicht, weil mein Training ist vielleicht doch ganz geil, aber ich mache trotzdem irgendwie keine Fortschritte, dann kann es tatsächlich an den anderen beiden Säulen liegen, Ernährung und Mindset. Und das ist auch meiner Meinung nach die einzige Herangehensweise, wie es langfristig wirklich Sinn macht, damit du deine Ziele erreichst. Und das ist auch das, was wir hier jeden Tag im Coaching machen. Und das ist auch der einzige Weg, wie Frauen wirklich langfristig Fett verlieren können, abnehmen können, sich wohler in ihrem Körper fühlen können, wieder Selbstbewusstsein ausstrahlen können und wieder richtig glücklich werden mit sich und ihrem Körper. Das ist der einzige Weg, ganzheitlich an allen drei Säulen, Training, Ernährung und Mindset zu arbeiten. Training optimieren ist gut und schön, aber du darfst die anderen Dinge einfach nicht vergessen, weil sonst kommst du immer nur so weit. Wenn dir das geholfen hat, lass mir gerne ein Feedback da. Und wenn du sagst, ja, alles gut und schön, aber ich sehe ein, dass ich das Ganze gerne mal langfristig angehen will, funktioniert aber nur, wenn du wirklich 100% sagen willst, ich will Zeit investieren, ich will Energie investieren, ich will Verantwortung für mich und meine Ziele übernehmen, dann lade ich dich herzlich ein, unter dem Video einmal auf den Link zu klicken zur Potenzialanalyse. Da gibst du so ein paar Sachen über dich ein, die ich dann über dich erfahre und schaue, ob eine Zusammenarbeit möglich ist. Ob du ins Coaching passt, ob deine Ziele passen, ob ich dir da wirklich helfen kann und dich an dein Ziel bringen kann. Ja, und wer weiß, vielleicht arbeiten wir ja schon bald zusammen und vielleicht bist du schneller, als du jetzt gerade denkst, nächsten Sommer am Strand im Bikini und denkst dir, endlich, endlich fühle ich mich wohl mit einem geilen Essverhalten, mit einem tollen Körper, mit einem Selbstbewusstsein, ganzheitlich eben. Ich freue mich auf dich, bis zum nächsten Mal.